Wie gesagt, auf der Kräuterseite haben wir ja genug Mittel zur Verfügung, die hier funktionieren. Und da würde ich also, wichtig ist mir, oder wenn ihr damit arbeitet, dass ihr die Dosierung testet nach den Gesichtspunkten, die ich euch beibringe. Und da ist mir die Baumrinde lieber. Es ist näher an der Natur und mit ziemlicher Sicherheit Löwenzahne in großen Mengen, Koriander in großen Mengen, die proteolytischen Enzyme in großen Mengen. Die Zirkulation erhöht, aber immer nur, wenn die antivirale Strategie an Platz ist. Und was fantastisch ist, das sollte ich jetzt vielleicht doch sagen.